Das ist klar. Dankeschön, Chris. Man muss so einiges machen, bevor man wirklich on-air geht. Und dann gibt es immer wieder Leute, die schnell anschalten und so weiter und so weiter. Guten Abend, wir sind jetzt schon in der Magical Young Romanse-Gam. Guten Abend, an der Deutsch-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik-Praktik. Das ist ja richtig Deutsch-Praktik. Dann gibt es das aus den Ohren her. Einiges zu tun in der Kussendelle. Zum Beispiel mein alter Freund Jan Hendrik gerade gehört. Von Skyline Radio Germany. Schöne Grüße aus Amsterdam, Jan Hendrik. Wir machen uns nicht mehr in der Kussendelle. Von Schöne, mein Freund Jan. Die Räder sind noch nicht mehr, bis sie jetzt sind. Die Räder sind gut. Wir machen uns nicht mehr in der Kussendelle. Wir haben Lucifer, Magic AM. You have to believe, we are the one and only Magic. Olivia Newton-John made a strong specialty for us. You have to believe that we are Magic AM from Amsterdam. We are caving over Europe. This is the Magic Music Station. Drop us a line if you want to. The address is magic3radio at gmail.com. That's magic3radio at gmail.com. And there's also another email address, magicamradio at gmail.com. You have some less emails for the transmission for love. Sunday, we will be in a product shortly. Thank you.